Ja, seh ich, äh, da, äh, bei uns ist was und da oben ist auch noch was. Da bin mal ein ganz dreister Penner. Ja, da seht ihr noch mehr jetzt. Direkt unter uns. Und hier unten kann man auch eine Quest abgeben. Aber wir machen erstmal alle fertig, oder? Ja. Guck mal, wie cool das ist. Der fliegt richtig lange. Also man kann hier schon eine Quest abgeben, unter Umständen. Wollen die abgeben? Ja, dann. Ja. Obwohl, da fehlen ja noch. Ja, da sind wir noch mal mehr. Nehmen wir uns… Nehmen wir uns an, wir werden uns verbringen. Genau, ja. Ja, das ist, dass... Nehmen wir immer noch mal mehr drücken. Nehmen wir noch mal die Squadron. Nehmen wir noch mal die Squadron. Nehmen wir noch mal. Nehmen wir noch mal die Squadron. Nehmen wir noch mal, das wäre auch mal ein Zeichen zu sagen. ich glaube auch es ist wieder oben ich gucke noch mal oben hier ne, er zeigte mir, das war anders, so, bis jetzt steht es wieder hoch hier oh, irgendwas hatte ich gerade gesehen da irgendwo ich sehe ich ach, hier liegt auch noch was mit einem Bein oder so ein Fuß war das ja ups, ok, ein Vergegner an meine Backen oh, man scheiß Zapptaste, irgendwie gepult, so ein blöden Adler hier es fehlt noch ein Arm von der einen Quest ähhh mhm, mhm ich habe mich mit denen ach, hier geht es tatsächlich höher, siehst du ja, hast du doch gesagt hab ich? hab ich schon wieder vergessen, ey ach, guck, hier sind zwei ach, hier ist wieder dieses Prüfungssing und jesus, jetzt muss ich aber erstmal hier zuschlagen oje oh gott ja, gut, dass wir Möglichkeiten haben, um unseren Schaden zu verringern hier ach, ich brauche an Sie ich nutze zuerst etwas an wie Sie klick mal das Ding bitte noch nicht hier vorne ach, bestimmt nicht holt ihr das Ähmchen hier oder was das ist so, soll ich klicken? ok, gerade nicht der Typ hat geklickt er hat geklickt echt, da müssen wir warten, weil er jetzt geklickt hat irgendwie vielleicht zahlt das auch für uns ja, aber ich sehe gar nichts hier ja, das ist ja noch nicht fertig, der ist noch nicht raus, da kommen erst wohl unten die Leute ja, aber die sind dann grau, also dafür kriegen wir nix ja, aber das, was wir brauchen, viel ist boah, sag doch mal hin, mal hin boah, sag doch mal hin, mal hin jetzt hab ich den zuerst angegriffen so nicht gegen Loot oh, ich kann hier irgendwas aufnehmen Aufzeichnung haha ist fertig, ne? mhm oh konnt ihr jetzt auch looten? ja ok ah Segen und ich glaube mit dem Segen kommt man dann rein da oder was stellst du? das kann ich nicht sehen Jürgen Prüfung des Willens benötigt die Gegenstände, der Arm ist da. Oh, sing! Oh, okay, ich nehme das Wächter-Ambulett. Wächter-Anhänger des Blutes. Äh, was? Ihr füllt die Anforderung für diese Quest noch nicht? Wie ihr will. Oh, fest. J-Nach. Die wird das Archivgerät, äh... Das ist ein gutes Stück. Das ist drin jetzt. Ich glaube, das ist drin, aber ich gehe noch mal kurz vor. Oh, unterbrochen. Ganz vorsichtig. Ah, die Dinger sind weg. Ja? Ja. Guck, ich bin drin und lebe noch. Die sehen ja voll krass aus. Aber erinnert mich an hier, wie hießen das, diese 80er-Innis? Ja, ich weiß es nicht. Wie gab es mal diese Artefakte auf? die ganze Computer hier vorne oh wir müssen den Schlagen oder? das sieht schon echt cool aus mhm mhm er hat auch eine Kaffeetaus in der Hand mhm ja was ist das? können wir das... können wir leben? oooh ne das kann ich nicht angreifen unglaublich Jahrzehnte ohne einen würdigen Herausforderer und dann werde ich am selben Tag gleich zweimal besiegen haha so ein Dicker ihr habt die Prüfung der Macht bestanden Fremdling trefft mich am einigen des Gewöldes und ich gewähre euch den Segen der Wächter ja jetzt kriegen wir Segen der Wächter hab ich gerne gemacht was hast du gerne? ich hab den Verband angelegt ach danke ja gerne doch ne dann flug das dir doch nicht alles voll, da weiß man nicht mehr wo du bist ich hab uns Flaschen geschickt, aber ich weiß nicht für einen Briefkasten echt? und Futter also aber äh dir also teils dann auch ne? ja ich muss das nur abholen ne im Briefkasten war ja Dalaran, da kommt man natürlich hin, aber ich weiß nicht wie jemand hier war auch ich spreche mit J nah um den Segen der Wächter zu empfangen und Belohnung gibt's auch ach guck hier gibt's wieder eine verzerrte Rune das ist es das ist es wenn du dann eine von dir wählst und dann recht klick machst dann öffnet sich wieder diese Rune oder wie heißt das? äh ja Artefakt ja genau also immer wenn man das erst bekommt ach ok ja dann segne mich oder wenn man da wieder drüben ist ich bin bereit eure Gabel zu empfangen was hat er denn ihr habt heute wahren Mut bewiesen und dafür gewähre ich euch eine Gunst trägt eure Waffe aus Fremdling und erhaltet ein Geschenk der Titan wirklich? die Waffe runden ja das ist vollbracht möge unsere Macht euch beistehen das sieht aus, oder? Geschenk der Titan umschalt und rechts klingt um eine Art Fakt zu betrachten ach doch das kann man auch so äh wenn du mit rechts also umschalt die umschalttaste also shift und mit rechts klick wieder rauf dann kannst du das sehen zumindest ich weiß ich weiß ich weiß das ist bei mir ist es die Waffe da steht auch wenn du rüber gehst umschalt und rechts klick um zu also die haupt hand waffe die haupt hand waffe die haupt hand waffe ok so wo gibt man den Schmonzens ab? aber ein bisschen weiter oben guck mal jetzt hast du auch Artefakt gemacht jetzt sehe ich es erst das ist noch eine zweite Leiste über der EP Leiste ich hab 90 von 300 ich hab 90 von 300 ne jo komm mal abgüben hier ich meine gibts schon die ersten Bergbauer und Erzfarmer aber was heißt die ersten? du denkst du spielst das schon bei 3.000 Mark 3 Tage? ne 2 3 du wartest ihn ja irgendwie Belohnung wählen ja jetzt musst du Dämonenbiss was ist denn Dämonenbiss das benutzen wahrscheinlich häufiger oder? ich weiß nicht die machen mich hier tot ja ok ich hab das ich hab minimal mitgeholfen die eine Sekunde bekommst ich hab mal gespielt ich hab mal gespielt äh äh ähm 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 die Übersetzgelumpel jetzt hier ähm Artefakt macht ähm ja Segen der Wächter habe ich jetzt auch, aber hm wo hauen die das rein hier? Oben in dieser Leiste, da ist, sind so drei Kreise Ja, finster und, ja, ja In das Grüne muss man das rein tun Äh, wie macht der da nix? Du musst aus der Tasche das da reinschieben Ne, ich hab einfach mit rechts rauf, jetzt steht da, jetzt hab ich dafür 190 Ich hab mit rechts raufgeklickt Ich auch, umschalttaste und rechts Ne, ich hab nur rechts Ne, du musst umschalttaste Ja, jetzt ist zu spät, das ist auch gebraucht Hast du kaputt gemacht Dafür hab ich jetzt 190 Artefakt gemacht Naja, passiert Du seid schlechter, aber du, oh, komm in die Fresse, du, du, du Du kriegst die nächste da Was krieg ich da? Dämonische Welt Was? Dämonische Welt Steht da Was war jetzt unsere nächste Aufgabe Sandalen, der ich zieht sind schloss Rütz 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 So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen reiten Oh, das ist ein ganzes Stück zu reiten, sehe ich gerade Ja? Hm Naja, so fahr ich durch das Naja, wir müssen ja nach Rütz 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 Hier runter? Nein, ich warte doch, ich muss mal auf die Karte gucken Doch, hier Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen Warum renne ich auch nicht daher jetzt? Weil meine Karte total am Spinnen ist Dann lass mich lieber in die Karte gucken So Wir gehen jetzt hier an die Kreuzung Ja, wir werden das nicht frage Wieso bereitest du jetzt doch unter? Wie? Wir müssen da hin, eine Quizabgibbe Was? 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 Was abgeben? Ist das... Das wird mir aber in eine andere Richtung gezeigt Wie wird es hier angezeigt? Und wenn du sagst, dass seine Karte eh kaputt ist und es wird schnell doch falsch angezeigt Ja, aber dann bin ich doch richtig hier gewesen, wenn du das sagst Komm doch einfach zu mir und wir reiten da hin und dann gucken wir, ob da ist Hm? Wer ist das? Das bist du ja gar nicht Ne, äh, soll ich mich markieren? Aber mir wird das jetzt woanders angezeigt und da war ein Ramon Ja Gesehen Haken und Sinkbleib Da kann man ja noch rüber reiten irgendwie Da geh ich mal hin Da ist er Ja, also Haken ist schon mal hier Oh Ich krieg ja ganz schön doch was auf die Glocke hier Ey, ich hau immer Kick, ich weiß gar nicht was ich kicke Kommt irgendwie nicht Wupps Seil des Versenkers Oh, echt jetzt? Naja, ok Aber gab EP Ich glaub die ärgern sich jetzt, weil denen der andere fehlt, den haben wir zuerst ungehauen Ja 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 Das ist aber auch schön Ja buch mir wird sich aus das nur am ob er hat die gerade alle hin wollen wir da hin die wissen aber nicht der ist da oben oder wie kommen wir da hin und wie sie alle hin wollen ja scheiße ist halt weil keiner weiß wie man reinkommt offensichtlich gerade weiter 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 ich weiß ja nicht wohin das ist der ist irgendwo hier drin und du bist da unten ansonsten aber ja 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 Ich habe kein Ziel.